Ich verstehe nicht, wie man so kleine Kinder oder allgemein Teenager von 8 Uhr bis, manche haben sogar jetzt dann in der, vielleicht nicht Oberstufe, aber Richtung 7.8. Klasse, die sitzen da in der Schule bis 15, 16, 17 Uhr. Das ist doch, das ist doch krank. Dann kleine Butchies, Digga, mit Schulranzen, die noch gefühlt Dreirad fahren, die dann erst um 15, 16 Uhr nach Hause fahren, das ist unglaublich.